Die Schöpfungen im Weltall sind es, worüber ihr Aufklärung verlangt, und ich will sie euch auch geben, soweit ihr dafür aufnahmefähig seid. Es sind Schöpfungen, teils geistige, teils materielle Art, diese aber nicht als irdisch materiell betrachtet werden können, denn mein Schöpfungswille ist von solcher Vielseitigkeit und ihr könnt niemals die gleiche Beschaffenheit auf anderen Gestirnen annehmen, als die Erde sie aufzuweisen hat. Jedoch ihr müsst bedenken, dass nicht nur die Erde, gefestigtes Geistiges, in sich bergt, dass die zahllosen Gestirne, die eurem Auge sichtbar sind, von mir ins Leben gerufen wurden, dass sie allen Menschenseelen zum Aufstieg verhelfen, die noch nicht den Reifegrad erreicht haben, um in jenseitigen Schöpfungen sich weiterzuentwickeln. Die gesamte Schöpfung ist ausgestrahlte Kraft aus mir, und die Erde ist die armseligste Schöpfung, weil sie aus grob stofflicher Materie besteht. Wer also den Gang durch ihre Schöpfungen zurücklegt, kann es bis zur fälligen Vergeistigung dessen bringen, was als Seele den Menschen belebt. Doch die Reifegrade sind so verschieden, in denen die Seele bei ihrem Leibestod von der Erde geht. Und so wird sich von anderen Schöpfungen aufgenommen, die also wohl für ihre Begriffe sich jenseits befinden, die aber keineswegs nur geistige Schöpfungen genannt werden können, da auch ihre Substanzen gefestigtes Geistiges sind, Kraft aus mir einst hervorgegangen als Wesen, die nicht in meinen Willen tätig wurde. Es ist aber diese Materie um vieles Leichte und Gefügige, so dass die Seelen, die sich darin aufhalten, angetrieben werden zu eifriger Tätigkeit und einander dienen, also stets weiter ausreifen. Es kann also von einer Materie gesprochen werden, die leicht auflesbar ist, aber doch auch Geistiges in sich berg, das mir einstmals untreu wurde, das aber nicht in dem Maße leidet, wie dies auf der Erde der Fall ist, dass es gern dient, um den Seelen die Weiterentwicklung zu ermöglichen, dass also auch wieder diese Materie vergeht, so wie sie diese Aufgabe erfüllt hat. Die Schöpfungen auf jenen Gestirnen sind bewohnt von Wesen, die also auch als Menschen anzusprechen sind, die ebenfalls eine Aufgabe haben, jenen Seelen zu weiterer Entwicklung zu verhelfen und es müssen deshalb auch materielle Schöpfungen bestehen, doch es können diese nicht so sich vorgestellt werden, wie auf der Erde. Es sind die Wesen nun inmitten einer Welt, die ihnen Unglaubisches bietet und die doch eine reale Welt ist, weil meine Geisteskraft alles durchstrahlt und sie so lange eine reale Welt bleiben wird, bis die volle Vergeistigung aller Wesen bewirkt ist, die dann eine materielle Welt nicht mehr benötigt. Da dieses aber noch Ewigkeiten erfordern wird und euch Menschen, also die Gestirne, am Firmament sichtbar sind, so werdet ihr belehrt, dass alle diese Welten mein zuform gewordene Wille sind, dass ich Kraft hinausgestrahlt habe, die mehr oder weniger tiefgefallenes Geistiges war, dass sich diese Kraft manifestiert hat, also sichtbar ist und bleibt für die jeweiligen Bewohner dieser Gestirne, die nur in verschiedenen hohen Erkenntniskrats stehen und also auch Bewohner von der Erde aufnehmen können, um diesen zu weiteren Entwicklungen zu verhelfen. Ihr Menschen, befindet euch dann jenseits der Erde und doch in meinem Reich und je nach eurer Reife werdet ihr euren Aufenthaltsort wechseln, um in immer vergeistigtere Schöpfungen einzugehen. Doch was eure Augen ersehen als Gestirne am Firmament, das sind alle Schöpfungen, die mein Wille erstellen ließ und diese Schöpfungen sind die mir abtrünnig gewordenen Urgeister, denen ich Aufgabe gesetzt habe, die sie nun auch erfüllen, die mehr oder weniger auch mich wieder anerkennen, die also nicht so tief gesunken sind, aber doch materielle Schöpfungen benötigen, um darin ihre Aufgabe zu erfüllen. Doch es kann nicht gesprochen werden von irdischer Materie, da diese das in tiefster Tiefen gesunkene Geistige ist, die der Mensch auf Erden in endlos langer Zeit überwinden muss, vielmehr diese materiellen Schöpfungen den Menschen beigegeben wurden, zur Beglückung, dass sie sich daran erfreuen sollen. Denn ein sichtbares Gestirn muss auch sichtbare Schöpfungen aufzuweisen haben, die den schon reiferen Geistern die Größe und Mach ihres Schöpfers veranschaulichen sollen und auch den noch Entwicklungsbedürftigen die Gelegenheit geben zum Dienen. Es ist euch dieses Problem nicht so leicht zu lösen, denn ihr erfasst nur, was sich auf eurer Erde befindet, und auch darüber ist euer Wissen begrenzt, wie aber sich andere Gestirne auf eure Gedanken auswirken, das bleibt euch verborgen, solange, wie ihr nicht geistig zu schauen vermögt. Dann aber ist euch auch jenes Reich erschlossen, und ihr werdet aus dem Staunen nicht herauskommen, was die einzelnen Gestirne für Schöpfungen bergen. Doch alle meine Werke haben ihre Begründung, und sie beweisen meine Liebe und Weisheit und Macht, und was euch unergründlich scheint, das werdet ihr erfahren, je weiter ihr fortschreitet in eurer Seelenreife, dann wird es für euch keine Fragen mehr geben, die euch nicht beantwortet werden, und ihr werdet zählig sein, ob des reichen Wissens, auch wenn es euch zur Zeit noch verborgen ist. Amen. 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 Vielen Dank.